Gut, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ebenfalls den Lückentext ausgefüllt und den Graphen von Groß F rot links in das Koordinatensystem eingezeichnet. Gehen wir schnell die wichtigsten Dinge gemeinsam durch und beginnen mit dem Monotonieverhalten von Groß F. Wenn klein f von x größer 0 in einem Intervall gilt, dann ist Groß F mit diesem Intervall streng monoton wachsend. Das liegt daran, dass wenn klein f von x größer 0 ist, der Flächeninhalt unter dem Graphen von f nur immer größer werden kann. Das bedeutet, Groß F muss wachsen in diesem Intervall. Umgekehrt gilt natürlich, dass wenn klein f von x kleiner 0 ist in einem Intervall, dann ist Groß F dort streng monoton fallend. Weil nun immer nur abgezogen werden kann, da der Flächeninhalt jetzt negativ orientiert ist. Wir können das Monotonieverhalten jetzt gleich bei drittens verwerten. Und zwar an der Stelle x gleich 1 hat Groß F ein lokales Maximum, genau deshalb, weil wir vorhin festgestellt haben, es ist davor streng monoton wachsend, danach streng monoton fallend. Also muss genau bei x gleich 1 Groß F ein lokales Maximum haben. Umgekehrt gilt, an der Stelle x ist gleich 3 hat Groß F ein lokales Minimum, weil Groß F davor streng monoton fällt und danach wieder streng monoton wächst. Zum Abschluss, an der Stelle x ist gleich 6 hat Groß F dann einen Sattelpunkt. Das liegt daran, dass es davor streng monoton wächst und danach ebenfalls und dazwischen einfach nur kurz einen Moment hat, wo nichts dazu kommt. Viertens sollten wir eben den Graphen von Groß F skizzieren. Dabei können wir uns auch wieder der Wertetabelle, die wir bei erstens ausgefüllt haben, bedienen und gleichzeitig auch schon darauf ein Stück weit achten, dass der Graph auch die Eigenschaften widerspiegelt, die wir jetzt schon festgestellt haben. Zum Abschluss, fünftens, wenn klein f ein lokales Maximum hat, dann hat die Steigung von Groß F an dieser Stelle ebenfalls ein lokales Maximum. Und wenn klein f ein lokales Minimum hat, dann hat die Steigung von Groß F an dieser Stelle auch ein lokales Minimum. Woran liegt das? Schauen wir uns das erste einfach einmal an den Graphen oben an. Ungefähr bei 4 hat klein f ein lokales Maximum. Was macht Groß F dort und warum macht es das? Groß F ist in diesem ganzen Intervall 3 bis 6 auf jeden Fall streng monoton wachsend. Es wächst nur nicht überall gleich schnell und auch das soll jetzt der Graph von Groß F ein Stück weit widerspiegeln. Wir sehen, dass am Anfang nicht so viel Fläche dazu kommt, aber die Fläche, die dazu kommt, wird immer mehr bis zum Hochpunkt von klein f. Danach wird die Fläche, die dazu kommt, wieder ein Stück weniger. Das bedeutet, die Stelle, wo am meisten auf einmal dazu kommt, ist genau dort, wo klein f ein Maximum hat. Das gleiche gilt umgekehrt dafür, wenn klein f ein lokales Minimum hat, was wir hier so circa bei 2 auch ungefähr erkennen können. Wir sehen also, es deutet sehr vieles darauf hin, dass klein f genau die Ableitungsfunktion von Groß F sein könnte. Umgekehrt kann man das so formulieren, dass Groß F eine Stammfunktion von Klein f sein könnte. In diesem Fall haben Sie dann folgende Beziehung. Groß F' von x ist dann genau einfach klein f von x.